Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Bad Wars Minecraft. Heute mal aus meiner Perspektive, natürlich ist auch wieder Malo dabei. Und ich würde sagen, wir beginnen. Ähm, ich brauche mich schnell in die Mitte. Machst du uns zwei Schwerter, oder? Ja. Ich habe zwölf, das müsste doch eigentlich reichen, glaube ich. Ja. Ja, das reicht locker. So. Wir müssen wieder versuchen, wie letztes Mal einfach die Mitte zu dominieren, weil dann haben die keine Chance, auch wenn die gutes Equip haben. Ja. Hast du zwei Schwerter? Ja. Okay. Sie kommen geflogen. Ähm, weißt du, was bei den anderen los ist? Gib sie mir erst in der Mitte, weil so habe ich keine Chance, sie zu bekommen. Ja. Was machen die anderen? Sind die schon da? Ich sehe sie. Ne, sie sind, glaube ich, noch nicht da. Hier, gib mir ein Schwert. Ja. So. Okay, komm. Werfst du die Mitte und ich höre eben schnell einen Bogen? Ja, sehr gut. So. Meine kleine Schwester macht Terror. Hä? Hä? Der Typ steht richtig nah vor mir, Alter. Dann hau ihn doch runter. Ja, aber, ja, jetzt konnte ich ihn einmal hinten. Ist wieder Goldfall. Kannst du jetzt was holen? Ich bin jetzt... Ach, toll, jetzt habe ich schon wieder zwei. Schieß ihn runter, schieß ihn runter. Nochmal. Hier, warte, ich habe drei Gold. Komm noch mal her. Ich habe auch noch mal ein Gold. Warte, ich komme, ich komme. Wo bist du? Komme, komme, komme. Pass auf, ne? Ja. Da bist du. Machen wir schnell einen Bogen und für uns beide ein bisschen Rüstung, ne? Ja. Und dann... So, die schießen jetzt schön runter, wenn er hier kommen will. Guck ein bisschen, dass du so tust, als wärst du nicht da. Also, versteck dich irgendwo am besten. Ne, die wissen schon, dass ich da... die bauen sich da gerade ein. Achso, okay. Das ist leider ihr Tod. Ich will ja nicht gleich zu viel rumprollen, ne? Nicht, dass ich doch verliere. Weil ich bin im Bogen jetzt auch nicht so gut. Boah, das hat gerade übelst gebackt. Scheiße. Das hat gerade übelst gebackt. Und jetzt? Der auf einmal bei mir vorne. Ja, ich bin tot. Und er ist in der Mitte. Was? Mach mir schnell einen schwer. Ja, warte, ich hab Rüstung für dich. Was machen die denn gerade? Er ist in der Mitte und wartet auf Goldfaser, die jetzt in wenigen Sekunden kommen wird. Hier, warte, 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 warte. Ja, komm. Ich mach... Hier, warte. Zap. 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 Warte, ich mach mir noch eine kurze Spitzhacke. Wir müssen aber jetzt... Hast du auch eine? Ich geh schon mal in die Mitte, ne? Okay. Weil die ja... Hast du einen Bogen ja, ne? Ja. Oh, er kommt. Oh, er ist in der Mitte. Ich glaub, es war noch... War es schon Goldfaser? Komm her, komm. Ja, töt dich. Versuch ihn zu töten. Das schaffst du dir nicht los. Ah, er geht grad zurück. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Nein! Was mach ich denn? Ich spring einfach genau in das Loch rein, ne? Oh Gott, wie schlecht. Wie scheißen schlecht. Ah, scheiße, der hat ja einen Bogen. Bist du in der Mitte? Nee, ne? Doch, 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 doch. Ach doch, ja. Wo denn sonst, ne? Außer bei mir. Nein. Aufpassen. Ja, aufpassen. Io, du, ich brauch Essen. Ich hab nur noch ein Herz. Ja, ja, kommt, kommt, kommt. Ich komm, ich komm, ich kann jetzt nicht, ähm... Hä, wo gibt's denn hier das Essen? Das gibt's ja gar nicht bei dem Typ. Ist das bei Blocks oder was? Bei Bogen. Ne, bei Bogen gibt's den. Ach doch. Verwechslung. Die haben jetzt leider die Mitte, da können wir, kann ich aber in extremst sagen, sonst wär ich gestorben, denn dann hätten wir eine richtige Arschkarte. Ich muss jetzt erstmal wecken. Hast du noch Bogen? Ja, ja. Ich bin ja zurückgesprennt. Okay, wir können jetzt hin, wir können jetzt hin. Oh, ich bin so schlecht, Alter. Was? Ich bin so schlecht. Ich muss mich einfach einspielen, bevor ich beginne. Ihr müsst wissen, wir haben grad Schnellstart gemacht, weil die Runde grad begonnen hat. War natürlich keine Zeit, sich noch einzuspielen. Und das war keine gute Entscheidung, wie ich gerade merke. Hä, bist du einfach runtergefallen? Ja, ich bin einfach, ich wollte auf den Dings raufspringen, bin einfach runtergefallen. Wie viel Eisen hast du? Äh, beim Village High liegen noch zwei. Oder drei. Und wie viel... Jan, was hast du gemacht? Lenk du den mal ab, ich geh mal in die Mitte. Oh, das wird nix. Wir haben da den... Wir haben da den Weg. Ja, Leo! Wo ist er, wo ist er? Ah, schade. Du hättest die Rüstung, dann hättest du's geschafft. Ja. Hey, haben die den nicht abgebaut? Hä? Ne, haben sie nicht. Haben die den? Ich hole mir jetzt ne Rüstung. Vielleicht merkt er das ja noch mal nicht. Oh, was glaube ich nicht passieren wird. Ernst? Ach nee, hier ist er noch. Eisen. Ach so. Und direkt zu verdammt langsam leben, ne? Hä? Ja. Oh. Hä? Der eine ist einfach grad durch'n Block durchgel... Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob er einfach... Ja, bei mir auch eben vor, ne? Er ist voll gegen... Ja, das war, glaub ich, ein Bug bei mir eben. Kommt der Malo? Weil du stehst da grad so vor mir. Ne, beobachte... Hier siehren ruhig Sachen. Ich beobachte die von dir. Sind die jetzt zu zweit oder ist da immer noch einer? Sind zu zweit. Oh. Sollen wir's so machen, dass wir beide uns kurz Kisten holen? Unsere Items rein tun. So tun, als würden wir sterben. Und dann... Kommen die. Ja, gut. Ich hol's eben Kisten. Warte, ich hab... Eine Kiste reicht. Aber wir dürfen nicht durch runterfallen sterben, weil das wär dumm. Ich bin echt so schlecht. Wo gibt's die Kisten, Malo? Ähm, Kisten gibt es bei Schwertern, glaub ich. Ja. So, hier warte. Hier. Stell hier ne Kiste hin. Oh. Shit. Was mach ich denn? Ich bin gar nicht in der Kiste. Oh, ich bin fast tot. Das wird jetzt richtig einfach fehlschlagen. Okay, wir... Wir rennen jetzt auf sie... Sollen wir einfach runterspringen? Nein. Ne, dann haben wir... Ähm, lass uns... Ich bin tot. Okay, ich bin jetzt tot. So. Jetzt müssten sie... Oh, ich glaub, sie kommen, Malo. Ich glaub, sie kommen. Ja, der eine kommt. Nein! Sie kommen durch! Nein! Er ist bei mir. Äh, ich bin tot. Scheiße, das war richtig Fail. Das war ne richtig Fail-Runde. Aber... Hey, wir leben ja noch. Wir leben ja noch. Jo, komm, wir kill ihn, Malo. Wir killen ihn. Okay. Nein. Ah, okay. Das war eine ziemlich schlechte, aber aufregende Runde. Das war einfach der behinderte... Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht... Okay. Ich bin tot. Das war einfach mal der behinderte Tod. Okay, okay. Okay. Wir sehen uns in der zweiten Runde. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, willkommen in der nächsten Runde. Hoffentlich wird's dieses Mal besser. Natürlich ist immer noch dieser kleine Zyklop hier vor mir dabei. Malo. Ähm, ja. Leo, bei der gibt's ja keine Mitte, ne? Wir machen das so, dass wir eine Kiste hinstellen und alle Items, die wir kriegen, da reintun, ne? Ja. Und uns hier so eine Base bauen. Sobald die sich rüber bauen, kaufen wir ein. Das heißt, dass wir das möglichst gut beste Equip kriegen, so. Ja. Weißt du, und das wär jetzt halt blöd, wenn wir uns erst so einen Nabus-Panzer kaufen. Ja. Und ich baue uns schon mal so eine... Und würde... Ich glaub, ich mach... Ich hol mir den Bogen, oder? Ich glaub, ich bin da bisschen besser drin. Ja, mach du das. Ein Gold hab ich schon in die Kiste grad reingepackt. Okay, sehr gut. Ähm, wir haben auch noch ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar würden wir gern von euch wissen, ähm, ob ihr's auch gern mal sehen wollt, wie wir beide gegeneinander spielen, Malo und ich. Wenn ihr das wollt, dann schreibt's doch in die Kommentare, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert. Dann machen wir das. Aber nur dann. Ähm, ja. Und ähm... Und unsere Sache ist, wir hätten ein paar Leute, die gerne auch mal mitmachen würden. Und es lag grad ultra bei mir. Auf jeden Fall. Und wenn ihr da Lust habt, könnt ihr uns das auch gern sagen. Ja. Und dann würdet ihr die auch mal mitspielen lassen. Oder vielleicht einfach ne... Es gibt ja auf diesem Dust-Server, auf dem wir immer spielen, ähm, gibt es auch, ähm, auch Maps, wo du, ähm, vier mal eins spielen kannst. Das heißt, dass wir vier Freunde von uns einladen könnten. Und dann mit denen gegen den Rest... Zwei Freunde mein's. Ja, manche. Ja. Und dann... Ja, schreibt's einfach in die Kommentare, ob ihr das gerne sehen wollt. Und, ähm, wir planen jetzt jeden Sonntag um 10 Uhr ein Video hochzuladen. Ähm, letzten Sonntag, ähm, ging's leider nicht. Da haben wir dann hier ein schönes Command-Tutorial hochgeladen. Aber heute hat's mal wieder funktioniert. So. Ich glaub, haben wir jetzt noch ein Gold und dann haben wir... Ne, also Leo macht auch manchmal so Tutorials dann hier... Oder ich kann dieses Wort echt nicht ausgeben. Tutorials? Schöne Command-Tutorials. Es gibt so Leute, die sprechen... Also ich hab mir mal solche, äh, solche Videos angeguckt. Und die sagen dann so... Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Ähm. Ich weiß gar nicht, was man... Die Unders bauen sich halt auch ne Base, ne? Ja. Das wird... das wird lange dauern, würde ich sagen. Das ist ein ewiges Battle. Ja, sonst können wir doch schon mal anfangen uns rüberzubauen, dann wird das wenigstens ein bisschen spannend und dauert nicht so ewig lang. Ja. Mach du mal. Ich mach hier gerade so ne kleine Bogenfestung. Ähm. Sonst könnten wir, falls diese Runde, weil Rush dauert immer relativ sehr lange, ähm, auch in zwei Teile unterschneiden einfach. Also falls das Video mittendrin abbricht, dann gibt's einen zweiten Teil. Weil generell unsere Videos sind ultra lang. Ja. Naja, aber halbe Stunde geht. Egal. Schreibt in die Kommentare, wenn euch die Videos zu lang sind. Okay. Ich hab jetzt viel Gold. Ich mach mir jetzt mal den Bogen. Ja. Mach das. Und insgesamt haben wir auch schon elf Zeug. Aber bau dich nicht ganz rüber. Bleib in der Mitte. Oh, die haben Bogen, Marlo. Der will nicht abschießen. Ja, hast du nicht. Aber er... Er trifft nicht. Leo, bau da ne Wand. Leo, bau da jetzt schnell ne Wand. Stopp, du bist schon in der Mitte. Bau schnell ne Wand. Und dann haben wir das safe da vorne. Ja, sehr gut. Und ähm an den Seiten auch nur... Oh nein, er hat mich getroffen. Okay. Schade. Auf Wiedersehen, du schöne Welt. Hast du auch nen Bogen? Ja, ja. Dann baue ich ja einmal sowas hin, ne? Was machst du? Ähm, ich baue da ne Schutzwand. Oder machst du das jetzt? Achso, ja. Mach vorne ne Schutzwand, weil ich hab den Bogen. Falls wir den verlieren, das wäre sehr sehr ärgerlich. Ähm. Ich hab hier so ein kleines Guckloch, damit wir sehen, falls sie da unten sind. unten lang kommen. Okay. Mal von da unten. Ich überleg grad, wie ich das am schlaussen mache, weil das war eben völlig unnötig. Ja, okay, aber so haben wir ne gute Sicht. Kann man da irgendwie raushangen? Okay. Und ich mach hier so nen kleinen Durchgang, dass wir immer da hinkommen. Mhm. Genau, das ist super. Und oben noch ein Block drauf, Leo. Und dann bau uns da so ne kleine Base. Okay? Ja. Obwohl das eigentlich ein bisschen unnötig ist. Ne, ne, dann können wir von da aus mit dem Bogen schießen. Hast du Gold? Nein. Nix. Okay. Ich mach uns beiden jetzt schon mal ne Rüstung, weil im Bogenkampf ist das da euch relativ gut. Und ich hab genug, dass jeder ne 7er kriegt. Mhm. Ich baue uns jetzt einfach mal auf Risiko weiter, okay? Ja, du hast ja eh nichts, oder? Nö. Guck nochmal sicher, ob du kein Gold hast. Ich hab kein Gold. Okay, sehr gut. Ah, was mach ich denn hier? So. Ich habe nur Bröcke, sonst nix. So. Ich hab jetzt eine Runde Equipment. Und komm jetzt auch mal zu dieser Mittel. Die Mittelplattform ist safe, ne? Mhm. Oh. Ich wurde runtergeschossen. Er hat mich erwischt. Okay, egal. Das ist unsere Base hier noch bisschen sicherer. Wo bist du denn? Du bist da. Ich bin gerade da. Was ist das für mich, diese schöne Ausrüstung hier? Ja. Aber zieh sie nicht an, wenn du noch weiter bauen willst. Soll ich noch weiter bauen? Ich werd doch eh mal wieder runtergeschossen. Ja. Ich hab den Weg jetzt mal wieder abgebaut. So eine kleine Stücke. Okay. Ähm, kannst du mir Essen mitbringen? Ja. Wie viel willst du denn haben? Ein Stack? Nein. Zehn würden schon reichen. Aber. Kauf mal für den Stack ein. Ja. Ich komme. Ich eile. Ja. Kannst du schmecken? Warte. Wie viel Gold hast du noch? Also in der Kiste sind gerade zwei. Ich glaub ich geh mal zurück, ne? Du kannst da jetzt gerade eigentlich ganz gut Stellung halten. Warte ich hab auch noch ein Gold. Ich hab auch noch ein Gold. Ja? Dann gib mal. Ja. Ja. Dann komm ich schnell. Danke. Oh ja, da kommt mein ersehntes Gold. ich habe es. So. Ich hab mir jetzt endlich ne, äh, Dings bestellt, ne Gaming Maus. Ja? Ja. Ja. Das war nicht das allerbeste, aber... Das war nicht das allerbeste, aber... schon rockt dich. Gut. So. Ich komme mit oben in die Mitte. Hast du manchmal... Hast du manchmal Probleme eigentlich mit deiner, ähm... Wie heißt es? Ähm... Bluetooth Maus, dass das nicht so schnell reagiert? Nö, überhaupt nicht. Außer die Batteries alle. Das kommt ja nicht allzu oft vor, ne? Wir müssen irgendwas tun, weil es bringt nichts, so. Weißt du, wir werden jetzt unendlich lang Bogen spammen, beide Parteien. Ja. Ich würde sagen, wir warten noch einmal kurz auf gutes Equip. Also, dass wir beide noch ein gutes Schwert kriegen. Und dann machen wir das so. Ja, jetzt bauen die sich da Heftiges hin. Ja, die bauen sie einfach halt einen Bunker. Und die Sache ist, vielleicht könnte man sogar von unten unter dem Weg lang bauen und die checken das nicht. Das wäre halt so lustig, ne? Mhm. Aber ich glaube, das sieht man schon. Okay, Leo, möchtest du zurückgehen und alle Sachen safe und versuchen, dir da so eine Base vorne zu bauen? Bei uns, oder was? So was wie die machen, oder was? Ne, dass wir weiter vorrücken. Ach so, ja, dann schacke ich meine Sachen hier mal rein. Und dann... Weil sonst bringt das... Sonst dauert das wirklich ewig, bis eine Partei eigentlich aufgibt. Ja. Oh, ich glaube, ich habe gerade da ein Guckloch zugebaut. Ich dachte, das wäre ein Treppenfehler. Ne, ich habe das halt gemacht, weil ähm... Leo, deine Rüstung! Oh, die habe ich ganz vergessen. Diese Runde funktioniert doch schon besser, ne? Naja. Ich finde es schade, dass es bei Rush keine Mitte gibt. Ich finde, das ist halt einfach so... Langweilig im Leben, ne? Ja, weil so kannst du... Haben halt beide Parteien können sich... Ich sage Parteien, ich weiß nicht warum. Ohne Teams. Äh, wie viel Gold hast du jetzt eigentlich noch? Haben wir so? Äh, ich weiß nicht, was da drin ist, aber im Moment ist nix... Schnell, Leo! Was machst du? Ich muss erstmal hier wieder die Richtlinie... Leo, schnell... Tasten erwischen. Ich muss erst mal die Tasten erwischen. Ja. Ja, und oben auch noch. Und safe das, dass ich nachkommen kann. Wie nah ist das denn? Hä? Wie nah ist das denn jetzt? Ah, ne, da dran. Ja. Oh, jetzt haben wir den. Oh, Scheiße! Scheiße! Oh, Hilfe! Oh, auf der letzten Kante stehen geblieben. Da oben fehlt auch noch ein Block. Ich guck mal kurz zurück und ich fühl mich einmal heftig. Und ich auch. Und dann versuchen wir einfach durchzuraschen, sonst... G-Map heißt ja nicht ohne Grund Rush. Ja. Also ich hab jetzt 19 und ich mach uns beiden jetzt die besten Schwerte. Boah! Was ist? Die schießen ja einfach in die Mitte. Oh! 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 Okay. Okay. Zu spät reagiert. Einmal die Hand von der... Von den Tasten. Na man schon. Jetzt vorbei. Okay, Leo. Was machen die gerade? Wir müssen jetzt aufpassen. Oh, hier ist noch ein Gold. Und so. So, ich hab unten. So, hier. Ich hab auch nochmal Gold. Das ist gut, falls hier jetzt... Okay, ähm... Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich. Und das hab ich. Und das hab ich. Okay. Von mir aus können wir gehen. Also ich geh schon mal nach vorne. Ja. Falls die... Tanzen. Pass auf. Ich hab bei der zweiten Base hab ich auch so einen Mittelpunkt freigebaut. Dann können sie dich leicht erwischen. Ah, die... Ja, ich seh's. Die stehen da jetzt. Wo sind die genau? Siehst du das von da aus? Oh Gott. Ich wär grad schon wieder fast hier. Abgeschmiert. Okay. Leo, geh mal weg da. Boah! Boah, Leo, geh da weg! Wie ich schon sagte. Ich bin da weg. Ich bin da weg. Ich übe ein bisschen schießen. Schieß doch. Warte. Warte. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Ja, ich weiß. Oh. Ja, die stehen halt genau da. Einen von denen müssten wir eigentlich töten und dann... Oh mein Gott, ich wär grade fast gestorben, Alter. Zum Glück hab ich hier oben noch einen Block draufgepackt, ey. Puh. Pass auf, immer auf deine Herzen. Hab ich ihn getroffen? Ja. Ja, wo sind die... Oh, jetzt... Nee. Da... 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 Die haben sie jetzt beide dahinter so geschahnt. Nein! Bist du runter? Ja. Nein! Was hast du denn gemacht? Ja, wir haben uns gesehen. Ich bin hochgesprungen. Ach, Cleo. Warte, ich komm mit Block und versuch uns weiterzubauen, okay? Wie viel... Ne, versuch dich mal bitte zu equipen, sonst hilft uns das nicht weiter, weil ich kann alleine nichts gegen die Tür. Also von allem das 7e holen. Oh, ich kann nen Bogen machen. Dann mach das und dann kommen wieder. Aber erst Rüstung und alles gut holen. Weil sonst hast du nen Bogen, Kampf eh verkauft. Jetzt muss ich kurz... Die bauen sich jetzt natürlich da so einen kleinen Palast irgendwie. Scheiße, die treffen halt auch immer. Wie viel Leben hast du? Ich hab noch zwei Herzen fehlen mir nur. So, ich hab jetzt hier ein richtig heftiges Equipment. Womit ich bitte nicht sterben soll. Hab den einmal getroffen jetzt. Nochmal. Nochmal. Ach, das regt doch auf! Ach so. Oh mein Gott, man fällt hier immer so rüber. Ja, ne? An der letzten Kante bleibt man stehen. Das hatte ich auch schon. So, jetzt müsste das aber safe sein. Die Sache ist immer, wenn ich getroffen werde, dann fall ich zurück. Das ist ziemlich gut eigentlich. Das ist ziemlich gut eigentlich. Das ist voll krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Nein? Gut getroffen. Ja genau, das ist gut. Oho. Ach, jetzt ist der da unten? Schade, dass es nicht sowas wie so werfendes TNT gibt. Ja. Oder also wie bei Gommes so Granate. Du bräuchten eine Ender-Perle, ne? Aber ob die uns viel bringt? Ups. Das gibt's nicht leider. Ach, das gibt's ja nicht. Nein. Das ist ja richtig für Steuer. Das gibt nur bei manchen Maps hier. Mein Bogen ist schon halb kaputt. Ah, der eine hat sich jetzt einen besseren Bogen gemacht. Okay. Vor dem müssen wir aufpassen. Ups, das Telefon klingelt grad bei mir. Warte mal kurz. Kann passieren. Und? Ich mute es einfach. Okay. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ich will einmal essen, okay? Ich hab Essen. Ach so. Dann gib mal. Der kleine Junge hier, fast am verhungern. Aber geht trotzdem mal in unsere Bänke und guck, was wir da für Loot so haben. Ja. Ich werde ich nicht erwischt, während ich abhau. Kann nämlich hier irgendwie auch ganz schön schräg schießen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben in unseren Kisten 4 Gold, 4 Zun Silber. Also hast du auch nochmal eingesammelt? Ja. Ah ne, jetzt haben wir 5. 5 Bogen. Okay, wir warten auf den 13er Bogen, würde ich sagen. Ja. Weil dann können wir die richtig... Ich hab den ein... Ich hab den eingetötet! Ja? Ja! Aber die werden noch einen Bogen haben. Oder genug für noch einen Bogen, leider. Ja, warum, wenn wir das nicht haben? Ach, voll. Ach, scheiße. Die haben wir auch. Aber der eine hat sich halt momentan so einen guten Bogen gekauft, ne? Jo, mein Bogen ist schon fast kaputt. Oh, der eine hat auch noch wenig Leben nur noch. Ja. Jo, du musst ganz, ganz wenig bisschen tiefer schießen. Das ist jetzt zu tief. Oh, der hat nur noch richtig wenig Leben. Ja, den müssen wir auch können. Obwohl, das sind die auch noch nicht schlechter. Ich bin ja auch schon mal gestorben. Sie haben immer noch genug... Ah ne, er hat sich ja den 13er. Ja! Ah, du hast ihn getötet! Yeah, ich hab ihn getötet. Ich hab auch mal jemanden getötet. Was jetzt? Gib mir alle deine Sachen und versuch dich rüberzubauen. Okay. Plus Rüstung. Okay. Aber nur noch ein ganz kleines bisschen. Und bau dich hoch, damit die nicht so gut... Oh, er hat schon wieder einen Bogen, Malo. Das bringt nichts. Okay, schade. Ach, ich geb dir mal dein Zeug wieder, ne? Ja, das hat's jetzt irgendwie voll gebracht, ne? Warte kurz. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Zapp. 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 Hast du alles? Ja. Ne, meine Hose fehlt. Deine Hose hab ich aber auch nicht. Hab ich die runtergeworfen? Ne, guck nochmal. Ich glaub, ich hab sie dir eben nochmal zugeworfen. Ach, ich hab sie. Ich hab sie. Oh Gott, ich wurde schon wieder getroffen. Haben die wieder beide? Ähm, ich schätze mal. Ich weiß es nicht genau. Oh, ich hab nur noch wenig Herzen. Ich, ähm, Leo, du hältst die Stellung, okay? Mhm. Ich lauf zurück und guck, wie es da aussieht, die Lage ist, ne? Ich mach Zufall. Hui. Ich hab einfach so drei Basen. Aber das hat die richtig... Sie machen sich halt, glaub ich, Equipment. Ja, klar. Das hat sie aber, glaub ich, richtig geschwächt. Okay, wir haben jetzt acht Gold. Ich guck mal überall, ob es noch irgendwelche Special Items gibt. Ne, gar nicht. Äh, die bauen sich einfach überall so kleine Löcher, wo sie durchgucken. Ist auch gut für die. Ja, für die. Oh Gott. Oh, ja, ja. Das ist gut. Ja, aber dann ist es höchstwahrscheinlich, dass andere auch geht. Ja, und das wär schade irgendwie, ne? Ähm. Ich will es nicht mehr haben. Du hast den anderen auch getötet, ne? Hab ich. Hab ich. Du bist gestorben? Ja. Ach hier, Leo, schnell, 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 ich geh wieder hin. Bring bitte mir noch ein bisschen Essen mit. Mach dir den Siebenerbogen. Ich kann mir auch den Neunerbogen. Ich kann mir auch den Neunerbogen machen. Höhöhöhöhöhöh. Papa. Ach,schnämpfte. Oh, soll er einen bisschen so rein kommen. Was ist denn das denn? Oh, ichảo mir erst mal zwei. Ein Pfeil ist jetzt übrigens im Dings, ne, in der Tür. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Der ist jetzt bei unserem Mittel-Base. Ja? Mach dir Rüstung, Leo! Du so richtig panisch. Mach dir bitte wirklich Rüstung, Leo. Leo, schnell. Ja, ich mache mir Rüstung. Okay, okay, okay. Oh nein, auch wie langweilig. Wenigstens war es eine bisschen spannende Folge. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es für jetzt. Wir sehen uns am nächsten Sonntag. Oder, also wir machen manchmal auch so einfach mal, wenn wir Lust haben und zu viele Videos, machen wir auch nochmal. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Sonntag und auf Wiedersehen.